Ich möchte Ihnen einen Bootsausflug der ganz besonderen Art empfehlen, liebe Zuschauer. Da werden Sie nämlich nach ungefähr zehn Minuten schon Wale sehen. Nahezu 100 Prozent wahrscheinlich ist das. Und dann sehen Sie auf dem Weg auch noch mit ein bisschen Glück ein paar Delfine und das Highlight ist dann der Stop zum Baden beispielsweise in der Bucht von Masca. Und wenn Sie da dann mal nach oben schauen, sehen Sie die Klippen von Los Gigantes. Gigantisch.